Erneuter Abstieg der Frankfurter Eintracht ließ sich am Ende nicht mehr vermeiden. Bei null Punkten aus 34 Spielen konnte selbst Eribert Bruchhagen seine optimistische Grundhaltung nicht mehr aufrechterhalten. Alle auf Position? Ja. Prima. Club-Gel. Soll ich jetzt in den Club reinhauen? Na Bitches, wollt ihr tanzen? Die Lage in China spitzt sich zu. Unser investigativer Singleplayer ist für uns im Krisengebiet vor Ort. Beim großen Länderspiel der USA gegen Russland kam das neue Reglement das erste Mal zum Einsatz und Harald fand den Klöten das Ganze fast ficken. In meiner Dynastie gibt es ja Einhörner, ne? Alter. Ich bin zu sieben Prozent einihörner. Unser Mann Harald fand den Klöten fasst das Ganze mal für Sie zusammen. Harald. Hanteltraining. Bei der 27. Hanteltrainings-Weltmeisterschaft in Cuxhaven ist Nils Bomhoff erneut Weltmeister der Herzen geworden. In der Disziplin 1 Kilo Handeln. In der Disziplin 1 Kilo Handeln. Machen wir nochmal ein wo du sagst USA gegen China bitte. China? Da steht aber USA gegen Russland. Ja, machen wir nochmal ein wo du sagst USA gegen China. Da steht aber Russland. Machen wir nochmal ein wo du sagst USA gegen China. Okay. Also nicht Russland. Nicht ihr. Was gibt es neues Etienne? Nun, vor allen Dingen Tagen hat die ... Die Frosch-Schluck-Weltmeisterschaften sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Etienne Gaudet hat sich übernommen. Ja, die Lage ist wirklich bestürzend. Die, äh, verfickte Scheiße. Die aktuellen Konsolen scheinen maßlos damit überfordert zu sein. Die Flut an, äh, Partikel, äh, Partikel-Effekten und Lens Flares zu. Die aktuellen Konsolen scheinen maßlos damit überfordert zu sein. Die Flut an Partikel-Effekten und, und, äh, Angesichts der hoffnungslosen Lage fliehen die Menschen ins PC-Lager oder verbringen die letzten Wochen in hoffnungsvoller Hoffnung auf die Hoffnung der Konsolen. Und, äh, die anderen verbringen halt in stiller Hoffnung die letzten Wochen, äh, verfickte Scheiße. Ey, weißt du, das größte Problem ist, wenn du irgendwann an Alzheimer erkrankst, merkt man das gar nicht. Ja auch. Wenn du gegenmaßnahmen mal greifst. Ich glaub auch, dass das passieren wird, ey. Mensch, das war's auch schon wieder. So schnell kann 15 Minuten um sein. Das reicht auch nie im Leben aus für so viel Inhalt, den wir zu bieten haben. Bis zum nächsten Mal. Da-daaum! Nils. Ne, Quatsch, das macht gar keinen Sinn, wenn ich am Schwimmen. Nils. Oh, Nils. Kann ich einen Plutschi? Ruck zuck. Wir können auch ein paar Karate-Kicks am Ende machen. Weißt du so? Komm, mach mal. Karate-Kicks sind immer cool. Die Sendung ist schon wieder um. Ne. Oh Gott, 15 Minuten sind viel zu kurz. Was willst du denn machen? Oh, wenn wir bloß mehr Zeit hätten. Naja. Wiederschauen. Reingehauen. Karate-Kicks. Wiederschauen. Reingehauen. Karate-Kicks. Hä? Ich hab mich gezerrt. Ah! Nee. Huch, mein Rice-Verschluss ist offen. Mensch, jetzt reißt sich doch mal zusammen. Wir müssen erst noch einen Rice-Vergleich machen. Rice-Abgleich machen. Super Mario 3D World. Hey, stopp, stopp, stopp! Doch jetzt tu ich was mir gefällt und spiel Super Mario 3D World. Oh, shit. Doch jetzt tu ich wieder was mir gefällt und spiel Super Mario 3D World. Aber jetzt hab ich erst auch im Auf.... Okay. Okay. True, Christ. Naos Mal. Wirklich. Okay. Jetzt r 바� 하�räge.